Musik So meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen, wir sind wieder am Start und ich bin ganz aufgeregt, wie es weitergehen wird Ja, wir hatten das Thema Lori, glaube ich, beenden können und sind jetzt ins Bett gegangen Und es geht Drogö nicht mehr aus dem Kopf Und wir waren nur überlegen, hey, gehen wir rüber in unser Zimmer, aber um es doch irgendwie verarschen zu lassen Oder haben wir einfach viel zu viel Respekt vor den Ansagen von Nikolai Wir werden es vielleicht gleich erfahren Jetzt geht's los Mein Corona-Gesicht schugt so ein bisschen So Hält mal, das Ganze wird noch böse enden Ich würde ganz selber anrufen Aber wenn man bedenkt, wie sehr sie es hasst Habe ich wenig Hoffnung, dass ich von ihr einen objektiven Hashtag bekommen könnte Ich fühle mich seelisch am Boden Dabei hatte ich doch meine Lebensfreude zurückgewonnen, als ich hier in Mystery Bell angekommen bin Spell Jetzt gerade ist davon nicht mehr allzu viel übrig Ich muss mit jemandem, der neutral ist, über das alles sprechen Peter Oder Sebastian Peter Aber natürlich, ich werde zu Peter gehen Mal gucken, ob wir auch Peter erzählen können, dass wir was mit Drogo hatten Als ich an Peters Zimmer stehe, zöre ich einen Moment, ob ich reingehen sollte Aus dem Zinger klingt eine melanchonische Melodie Peter sitzt am Klavier Jedes Mal, wenn ich in Spielen höre, bin ich völlig ergriffen von den Gefühlen, die seine Melodie ausdrückt Und ich glaube einfach, das macht Peter zum besseren Zombie Vampir Einfach so, dass er noch so viel Gefühl hat Und er hat immer so viel Ich glaube, er hasst es, ein Vampir zu sein Es ist so, als würden die Noten direkt in mein Herzen sprechen Man kennt das, oder? Ich klöpfe leise an, aus Angst, wie in Eindringung wahrgenommen zu werden Die Musik stoppt und ich höre, dass Peter aufsteht Er öffnet die Tür Und setzt ein Licht auf, als er mich sieht Komm, scheiße, drüber, wenn ich mich nicht Ich bin ganz ernst Ich finde Peter, total knöpfe leidchen Das sind die Sinten, die Sinten, die Sinten Und seine Emo-Frisur Nicht so gut drauf Ich habe ihn versucht, ja, latinomäßig zu sprechen, ne? Ich soll es so Sieg man das? Ich habe hier für so etwas, eine 6 in 7 Du kannst dir also sicher denken, dass ich gerne reden würde Er zeigt mir an, dass ich reinkommen soll Ich setze mich auf sein Bett und schlaue Mutlust rein Er hat ein schönes Zimmer Ich meine, diese ganzen Dark-Dingens und Metal-Bumsen sieht es so ein bisschen aus Und dann mit Klavier Man hätte sich jetzt eine E-Gitarre und einen Schlagzeug vorstellen können Aber nein, er hat einfach Peter setzt sich wieder an seinen Stuhl, der vom Klavier steht Und kommt dann zu mir rüber zum Bett Also, wer hatte dir denn so zugesetzt, ey? Deine Brüder und deine Schwester Wenn du mir also etwas an den Kopf werfen willst Dann ist jetzt der richtige Augenblick Ob nun ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Hm, das hier geht dir vorüber Es ist einfach hier nur ein schlechter Tag Ich bin ja nicht so zuversichtlich Seine guten Worten trösten mich nicht Man sieht ganz gut, dass du nichts mit ihnen zu tun hattest Er streicht zart mit seinen Fingern über das Klavier Als würde er streicheln Dann sehen mich seine smaragdgrüne Augen an Ja, was ist dir jetzt passiert, ey? Ich weiß nicht, wie stark Peter wirklich vertrauen kann Ich glaube, sehr, glaube ich Drogel und ich haben uns einmal mehr gestritten Und Nicola hat die Geduld verloren Dazu kannst du dann noch Lorien zufügen Die mir das Leben sehr, sehr schwer macht Peter schaut mich einfach nur an Ich frage mich, was in seinem Kopf vorgeht Ich mag es, dass er zuhören kann Er scheint niemals jemanden zu verurteilen Sondern einfach nur verfügbar Drogel und ich haben uns sehr verschiedene Charaktere Deshalb benehmen wir uns sicher auch wie Hund und Katze Wie Hunde wie Katze, wirklich, ey? Er sieht mich fragend an Ich hatte das Gefühl, dass zwischen euch eine gewisse Chemie herrscht Aber dafür habe ich eine Sextesine Sehr schön Jetzt bin ich sicher so rot wie eine Tomate Okay, wir müssen einmal ganz kurz ein Pussel Und dann gucken werde, dass wir diese Die Spiele weitermachen können Und vielleicht gibt es auch sehr viel Amore mit Peter und der Sahne trufel Ich sehe schon nicht fertig Ich habe ihn mir gleich hier bei Meister mal geschafft Diese Melodie, die jetzt fällt mir mal ein Diese Anfangsmelodie, die bei dem Spiel hier trug Er nannte mich immer sehr stark an Resident Evil Code Veronica damals Da war auch so ein Haus, das war so eine Spieluhr Von so eine Veronica eben halt Nee, die ist die Ja, die ist Alexa Alexa, Alexa, Alexa hieß sie doch Alexa hieß die doch Alexa hieß die Oh, nein, ich hätte es gehört Alexa hieß die doch flüstern exklusiv es ist schwierig ich sehe ihn wie die Lebensmittel mich an, worauf er mir mit gewöhnlichen Lächeln antwortete. Ach, jetzt hab ich noch. Hey, entspanne dich jetzt an die Teufelchen her. Ich seufze. Am Ende war ich es schließlich, die zu ihm gekommen ist, um ihn an seinen Rat zu bitten. Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr... Wir müssen vielleicht aber ein bisschen mehr mit der Wahrheit rauskommen. Um wehlich zu sein, weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Ich weiß nicht so recht, wie ich meine Gefühle in Bezug auf Dröhnung interpretieren soll. Das ist alles so widersprüchlich. Das ließ sie bei Gefühlen häufig der Fall. Wenn das alles so einfach wäre, hätte die große Kunstler sich nicht zu ihrer Inspirationquelle Nummer 1 gemacht. Er hat recht. Kann ich mit ihm wirklich über Gefühle reden? Ja, wahrscheinlich, wenn es jemand gibt, der wirklich der Gefühlsmensch ist, dann ist er oder Gefühlsvampir ist, dann ist es eben halt Peter. Oh, das war es schon. Och, schade, ne? Das war so eine tote Folge irgendwie. Man redet viel, aber kommt nicht zur Potte irgendwie. So, meine Lieben, Leute. Aber ich denke mal, diese Woche werden wir bestimmt noch ein paar Folgen rausbringen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Freunde. Küssen aufs Nüsschen.